Willkommen zu Ahmet Küche heute machen wir einen Nudelsalat mit Grillkäse wir fangen an mit Zutaten 250g Pennernudeln Salzwasser kochen mit kaltem Wasser abschränken in das Sieb rein tun 2 Stück dünne Scheibe geschnitten eine Handvoll bunte Paprika Rettig 2 Stück dünne Scheibe geschnitten 2 Tomaten mittlere Größe auch kleine Würfel schneiden besser und kleine Dosen Mais 200g Grillkäse in der Oliven nur schön braten zum Deko nehme ich dann Peperoni etwas Oliven Salz, Pfeffer, Olivenöl und Essig kommt da rein den gebe ich zur Seite erst mache ich die Soße am besten damit er sieht Olivenöl bitte nicht sparen Olivenöl Pfeffer rein so Salz Chili nach dem Wunsch und Essig Apfelessig nehme ich immer Bio fertig jetzt umrühren jetzt umrühren ich kann schon hart anmachen weil andere geht ganz schnell die tue ich jetzt auf die Seite lasse ich ihm ziehen das brauche ich nicht das tue ich auch auf die Seite weg nehmen wir die Pfanne nehmen wir die Pfanne etwas Olivenöl rein so wir können gleich Käse rein tun noch eine die müssen wir beide Seiten natürlich überall 4-5 Minuten goldbraun anbraten ok mittlere Hitze bitte bis gleich der Käse ist fertig wie ihr seht schon goldbraun gepackt oder gegrillt haben wir es natürlich so jetzt tun wir Nudeln rein oder ist es zu viel ich mache nicht zu viel rein sonst kann ich nicht drehen das reicht so jetzt kommt der Rest rein Tomaten, Paprika alles rein Vorsicht den Teller brauche ich noch jetzt umrühren wenn ihr Zeit habt könnt ihr in den Kühlschrank rein tun 1 Stunde zudecken und ziehen lassen danach tun sie den Käse drauf bitte machen wir halt jetzt nicht aber wir müssen jetzt das ist unser Mittagessen ok, fertig so schön umgeräht gut, jetzt tun wir den Teller rein jetzt tun wir den Käse drauf uuuhhhh jetzt tun wir den Käse drauf uuuhhhh uuuhhhh ganz schön uuuhhhh so so dann tun wir noch ein bisschen Oliven drauf nach dem Wunsch jetzt den Eferroli noch so fertig, so kann man sie dann servieren ich wünsche Ihnen einen guten Appetit mit Nudelssalat, bis nächstes Mal Ahmet, tschüss bitte nicht vergessen Facebook und Instagram zu gucken äh äh wir sind in dem äh wir sind Vielen Dank.